Aha! Du bist so ein Gieriger! Du Gieriger! Dann sagen die immer... Ja, erzähl weiter, ich hab die unterboarden gesagt. Dann sagen die immer von wegen Phantom Lord hat dann geweint und sowas und ich weiß nicht, so würde ich bestimmt nicht reagieren. Leider bin ich nicht so emotional, denke ich. Also so in diesem Sinne. Ich muss mal Boards zeigen hier und rein da. Ja, easy. Oh, Swayne! 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 Ah, hilf mir doch! Ja, ich muss jetzt mit ihm mal helfen. Der Swayne, ey. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab' nicht geschafft, ihm einen Panda zu KS'n! Du wolltest ihn KS'n! Oh mein Gott! Der Panda hat schon mit dem Räufig gesagt gehabt! Oh! Oh, ich war schon tot! Ey! Ich hab' das gar nicht gecheckt, dass ich einen Panda mach! Ich hab' das erst gecheckt, als er wirklich Panda-Kill stand! ... und dann... Out. Und dann... Ich hab' das ganze Zeit! Vielen Dank.